Servus, Grüße, ich bin der Luca und arbeite seit drei Jahren im Wirtshaus der Pschor. Hallo, ich bin Norbert Kado und ich habe meine Ausbildung als Koch gemacht. Ich heiße Josef und seit acht Tagen bin ich Angestellter im Servicekraft als Kellner. Ich habe mich auf Anhieb in den Pschor verguckt, bin gleich super gut aufgenommen worden. Es ist keinem fabrikmäßig, sondern da wird wirklich ein großer Wert auf jeden einzelnen draufgelegt. Es lernt immer wieder neue Situationen kennen, man hat Veransteigungen, das Allerkart-Geschäft, die Produktion. Überschenke, Küche, Buchhaltung in meinem Fall und dann auch letzten Endes Servicelagern ist alles dabei. Seit kurzer Zeit habe ich 70 verschiedene Namen, da kommen 200 Tischnummer, dann kommt die ganze Speise- und Getränkekarte, da kommt überhaupt das ganze System. Wir haben jeden Tag mit vielen unterschiedlichen Gästen zu tun. Wir sind sehr regional gebunden, also reden jetzt nicht nur Rinderfilet wie in anderen Betrieben, wir kriegen das Tier von A bis Z und man lernt halt wirklich das Tier von A bis Z und man es komplett verarbeitet. Aber was mir sehr gefällt, also man fragt, egal wem, egal wann und man kriegt immer Hilfe. Das nimmt den ganzen Stress vom Kopf weg. Wir suchen für das kommende Ausbildungsjahr, Azubis in den Bereichen Restaurantfachleute, Koch, Köchin, duale Studenten für das Gastronomiemanagement und eine Kauffrau für das Büromanagement oder einen Kaufmann. Also bei uns im Pscheu ist besonders, dass wir neben den Pflichtschulungen auch sehr viele Weiterbildungen machen, die sich um unsere Produkte drehen. Wir fahren zur Fischzucht, wir fahren zum Spargelbauern, zu den Bauern, die unsere Munner-Werdenfelser Rinder aufziehen. Wir fahren nach Franken zum Wein probieren und das, glaube ich, macht uns einzigartig. Bis zum nächsten Mal!